Willkommen in diesem sportlich eleganten Ford Mondeo Titanium Schrägheck TDCI. Wir freuen uns über Ihren Besuch im Auto aus Bismarck. Der Motor dieses Mondeo ist Schadstoff am Euro 5 und bekommt die grüne Plakette. Dank niedrigem CO-Ausstoß fällt die Steuer gering aus. Die Außenspiegel sind elektrisch verstellbar, beheizt und anklappbar. Die Karosserielinie wird muskulös und sportlich flach. Auf den Rücksitzen gibt es eine Armlehne und Isofix Kindersicherungs-Befestigungspunkte. Nichts sind so Leichtmetallfelgen und erstreichen den Sportcharakter. Und denken Sie auch an Ihre Winterräder, wir haben immer super Angebote. Die bequemen Sportsitze mit grauen Polstern bieten viel Seitenhalt. Fussmatten gibt es bei uns natürlich dazu. Für Ihre Sicherheit sorgen sieben Airbag ABS, ESP, Nebellampen vorne und das LED Tagfahrlicht. Ebenso der Parkpilot vorne und hinten. Die automatische Klimaanlage sorgt für bestes Wohlfühlen. Zum CD-Radio mit Navigationssystem gibt es nur eine Bluetooth-Freisprechanlage. Für Ihren älteren Gebrauchtwagen machen wir Ihnen einen super Entzahlungnahmepreis, auch telefonisch. Dieser Mondeo verfügt Sie mit den weiteren Luxusausstattungen, die hier gar nicht alle aufgezählt werden können. Und der 1,6 Liter Dieselmotor ist sehr sparsam. Der Wagen ist rundum in gutem Zustand. Es handelt sich um einen nicht aufbereiteten ehemaligen Leihwagen. Schauen Sie doch mal vorbei und fahren Sie in Probe. Besuchen Sie uns auch samstags bis 17.30 Uhr. Bei uns können Sie auf die Inspektion warten oder Ihr neues Auto gleich mitnehmen. Oh, gut, dass Sie schon anrufen. Waspäck. Waspäck.